Deine Lehrerin sagt, du bist die letzten Wochen nicht zum Unterricht erschienen. Das stimmt nicht, nur zum Schwimmen nicht. Warum? Sind es Drogen? Nimmst du Drogen, Benjamin? Sie sollen durch Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Schön. Ich habe gehofft, Sie sagen Drogen. Dann hätte man wenigstens gewusst, was ist. Ich habe es satt, mich zu verstecken und krank zu spielen, wo ich der einzige Gesunde bin. Sie werden für alles büßen, was sie dir angetan haben. Gott wird dich richten, Mama. Ich muss ihn erst verstehen, ehe ich ihn ändern kann. Wir müssen sie zum Schweigen bringen. Wenn die Bremsen versagen und sie unter den Laster schlittert, dann ist sie tot. Herr, schau auf dieses Bein, das andere. Was? Ich lebe nicht von meinen Glauben, ich werde für ihn sterben. Ich lebe nicht von meinen Glauben, ich werde für ihn sterben. Ich lebe nicht von meinen Glauben, ich werde für ihn sterben. Ich lebe nicht von meinen Glauben, ich werde für ihn sterben. Ich lebe nicht von meinen Glauben, ich werde für ihn sterben.